Und in diesem Video sprechen wir über das Thema US-Wirtschaft weiter im Griff von Covid-19, aber es gibt weiter besserende Aussichten und das ist das Interessante. Amerika ist so in mini-mini-mini-Schritten wieder auf dem Weg zu alter Stärke, weit, weit davon entfernt. Also ich will jetzt hier nicht Lob preisen, dass wir hier schon alles hinter uns haben. Also denen geht es nicht besser als uns, denen geht es viel, viel schlechter, wenn wir uns die Covid-19-Fallzahlen mal anschauen. Aber es ist immer wieder interessant zu sehen, was wir hier an dieser Stelle im Beachbook, also in dem großen Wirtschaftsbericht aus den USA genannt bekommen. Da schaut übrigens auch die FED drauf, deswegen schauen wir uns den auch regelmäßig an. Hier zuvor, weil ich das zweite Video auch mache, nochmal den Risikohinweis, sich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und jetzt schauen wir hier ins Beachbook. Ich gehe jetzt über die einleitenden Folien einfach mal flott durch. Wie schon gesagt, das ist ein wichtiger Konjunkturbericht aus den USA, den es seit 1970 gibt. Der wird regelmäßig veröffentlicht, um Aussagen über ökonomische Trends zu treffen. Und das zeigt halt nicht nur den Ökonomen, sondern auch der FED, also der US-Notenbank, mögliche zukünftige Herausforderungen. Und daran orientiert sich die Notenbankpolitik. Das heißt, alles was positiv ist, untermauert die Wirtschaft. Was negativ ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Das Ganze wird, wie schon gesagt, regelmäßig veröffentlicht. Wen das interessiert, das Board of Governors of the Federal Reserve System veröffentlicht das Ganze unter dieser Webadresse hier, auf federalreserve.gov. Da kann man einfach mal schauen. In Googlen findet man das relativ schnell. Und das ist, was wir hier machen. Wir schauen achtmal im Jahr darauf, zwei Wochen vor dem FOMC-Meeting. Das kam diese Woche. Also nächste, übernächste Woche haben wir dann das FOMC-Meeting. Und das ist das, was wir hier sehen. Worauf müssen wir jetzt an dieser Stelle achten? Wir schauen wie immer auf die allgemeinen wirtschaftlichen Aktivitäten. Wir schauen auf das Thema Preisentwicklung. Und wir schauen auf das Thema Löhne und Arbeitsmarkt. Das sind die drei wichtigen Eckpfeiler einer Volkswirtschaft. Und deswegen sind die auch so wichtig, diese Daten, dass wir uns die mal eben hier an dieser Stelle mit ansprechen. Das heißt, gesamtwirtschaftliche Aktivitäten hier an dieser Stelle. Wir sehen aufbauend auf das, was wir im letzten Biesbuck miteinander besprochen haben, sehen wir eine Erholung in leichtem Tempo. So, cheers. Bevor man mich hier gar nicht mehr verstehen kann, muss ich mal ein bisschen was trinken. Also, Thema Wirtschaftswachstum. Wir wachsen in den USA weiterhin in leichtem Tempo. Also, es geht jetzt nicht steil bergauf, aber es geht bergauf. Wir sind jetzt nicht hier so, wo man sagt, okay, es bewegt sich zwar rückwärts, aber wenigstens bewegt sich. Nein, hier haben wir eine Erholung in leichtem Tempo. Was wir allerdings an dieser Stelle auch vermeldet bekommen, ist, dass wir durchaus in den unterschiedlichen Sektoren große Unterschiede haben. Das heißt, beim Thema produzierendes Gewerbe, da sehen wir, dass wir moderate Wachstumsraten bei der Produktion haben. Was wirklich gut läuft, ist das Thema Immobilienmarkt und zwar Wohnimmobilien. Da wird ja auch unterschieden Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien. Gewerbeimmobilien hängen halt deutlich stärker an der wirtschaftlichen Entwicklung, als das die Wohnimmobilien ist, weil auch wenn es wirtschaftlich schlecht geht, wohnen muss man ja irgendwo. Und wir sehen hier stetiges Nachfragewachstum für Neubauten und Bestand. Und das ist das, was wir auch immer wieder sehen in den Nachrichten, die wir hier morgens besprechen. Das passt dort sozusagen ins Bild. Die Lage bei den Gewerbeimmobilien ist angespannt und das liegt ganz klar daran, dass wir hier die wirtschaftlichen Rahmendaten halt lange, lange noch nicht auf dem Niveau haben, wo sie sein müssen, damit wir einen sehr, sehr stetig steigenden Gewerbeimmobilienmarkt haben. Das sehen wir ja auch bei uns in Deutschland, wie sich da die Gewerbeimmobilien auch momentan auslassen. In vielen Innenstädten, auch hier bei uns in der Region, sieht man immer wieder Geschäfte, die geschlossen wurden, weil einfach Corona, Covid-19 dazu geführt hat, dass kein Geld mehr reinkam. Die Mieten können nicht mehr gezahlt werden. Also das ist so ein bisschen ein angespanntes Zeichen. Das sehen wir auch in den USA. Und jetzt kommen wir auf das, was ich vorhin auch schon mal in dem ersten Teil der Sendung auch angesprochen habe. Wir haben momentan in den USA eine gesteigerte Nachfrage nach Krediten. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein positives Zeichen, weil Nummer 1, man merkt, gesteigerte Kredite heißt halt, die niedrigen Zinsen werden dazu genutzt, um sozusagen Eigentum zu schaffen. Haupttreiber sind hier nämlich die Hypotheken. Das heißt, in den USA wird ja das Wohneigentum häufig gekauft. Das ist ein ganz anderer Markt als bei uns in Deutschland. Die kaufen und verkaufen auch mal wieder, was bei uns in Deutschland ja häufig nicht gang und gäbe ist. Da sagt man, ich baue einmal in meinem Leben ein Haus und da bleibe ich dann bis zum Ende drinnen leben. Das ist in den USA ein bisschen anders. Übrigens nicht nur in den USA, aber in den USA ist das halt ein Punkt. Und das ist jetzt interessant, die gesteigerte Kreditnachfrage nach Hypotheken. Es werden halt auch mehr Hypotheken ausgezahlt. Und das zeigt uns, dass wir doch seitens der Banken noch ein gutes Vertrauen sozusagen in die Zahlungskräftigkeit der Kunden hat. Und das ist halt der Punkt, der hier kommt. Da fließt Geld rein, der Immobilienmarkt wächst weiter. Und das ist so ein bisschen die Zeichen, dass der Arbeitsmarkt trotz der gesamten widrigen Umstände noch relativ solide ist. Das ist ein wichtiger Punkt hier an dieser Stelle. Thema Konsumausgaben hören wir ja auch schon wieder. Nächste Woche Kastnummerbot kriegen wir aus den USA. Die bleiben positiv. Das ist das Gute. Aber die Kurve flacht sich ab. Das ist so, wo man schauen muss. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir sehen nachher beim Arbeitsmarktblick auch an, was das mit liegen kann. Nicht muss, aber kann. Also ein paar Tendenzen sehen wir da schon immer. Nur an dieser Stelle jetzt, wie schon gesagt, die Konsumausgaben positiv, aber abflachen. Das heißt, es ist eine leichte Abflachung da. Wir haben hier noch keinen Abwärtstrend. Von der Seite her sollte man das an dieser Stelle noch nicht überbewerten. Was wir sehen, Automarkt in Amerika ja auch relativ interessant und wichtig für die Wirtschaft. Fahrzeugverkäufe bleiben weiter stabil. Tourismusausgaben steigen sogar leicht. Das ist eine schöne Meldung, weil Reisen tut ja nur der, der auch das Geld dafür hat. Interessant zu sehen. Wer sich ein bisschen zurückzieht, wer ein bisschen Sorgenfalten auf dem Kopf hat, ganz klar. Das sehen wir auch bei uns. Die Gastronomie ist extrem angespannt. Man ist hier sehr besorgt über Umsatzeinbrüche. Und das kommt daher, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Jetzt verlagert sich wieder viel in die Räumlichkeiten rein. Da gibt es ganz, ganz andere Vorschriften. Da kann viel weniger bedient werden. Mal sehen, wie das wird. Da sind viele, viele Gastronomen, wie in Deutschland, auch in den USA besorgt, wie sich der Winter entwickeln wird. Vielleicht gibt es einen milden Winter, dass man viel draußen machen kann. Aber ich habe neulich auch gehört, das Thema Heizpilze bei uns in Deutschland, die sind ja bei uns in den letzten Jahren tatsächlich wie Pilze aus dem Boden gewachsen. In den USA scheint das wohl ein bisschen Mangelware zu sein. Der Markus Koch hat das letztens auch berichtet. Der wohnt ja in den USA. Der sagt, habt ihr bei uns versucht, einen Heizpilz zu kaufen? No way, guys! Das ist Wahnsinn. Da gibt es sowas nicht in den Mengen wie bei uns. Und da muss man schauen, wie es wird. Aber das ist halt ein Punkt. Der muss wirklich gelöst werden. Und wenn er gelöst wird, dann könnte das besser für die US-Wirtschaft, für die Gastronomen sein. Ansonsten sind diese Sorgenfalten hier definitiv sehr, sehr wichtig. Und das wird dann durchaus auch wieder etwas Einfluss auf den Arbeitsmarkt mithaben. Das sind hier mal so die Punkte an diesem Bereich. Nächster Punkt, den wir hier an dieser Stelle sehen, das sind die sogenannten Agrarrohstoffe. Das heißt, der Agrarsektor an sich, der zeigt uns in Teilen Besserung, in Teilen keine Besserung. Also hier wird gemischt berichtet und da hören wir von Klagen über Dürreperioden bis hin zu positiven Erwartungen gemischte Meldungen. Das ist hier ein wichtiger Faktor an dieser Sache. Die Gastronomen haben wir schon. Moment, das war falsch. Wir kommen jetzt zum Arbeitsmarkt und den Löhnen. Wichtig! Stabiler Arbeitsmarkt, ordentliche Löhne, gutes Konsumverhalten, Kredite werden bedient. Also das sind ganz viele Faktoren, die hier auf diesen Markt mit einspielen und die wichtig sind. Und beim Thema Arbeitsmarkt und Löhne sehen wir, wir haben hier ein anhaltendes Wachstum auf langsamem Niveau. Also auch hier, Patient nicht tot, Patient bessert sich, Reha-Maßnahmen greifen so langsam, also die Covid-19-Regeln und, und, und. Das wirkt sich alles Stück für Stück auch aus. Hier auf dem Arbeitsmarkt, er wächst langsam in kleinen Schritten. Wo geht es am stärksten, wenn man das Ganze mal betrachtet voran? Natürlich das produzierende Gewerbe. Das hängt unter anderem mit den Exporten auch mit zusammen. Wir haben gesteigerte Nachfragen. Das sind halt wichtige Sachen, die hier mit reingehen. Man bekommt aber auch, und das ist der Punkt, der das Ganze so ein bisschen zäher macht, verlangsamt, erneut Meldungen über Beurlaubungen von Mitarbeitern oder gar auch Entlassungen. Das sind Meldungen, die sind da. Die müssen wir mit sozusagen auf dem Blatt Papier haben. Noch nicht überdramatisch, ja, aber es ist halt da. Ja, der Arbeitsmarkt an sich ist weitflächig. Das bekommt man aus vielen Ecken gemeldet, trotz alledem angespannt. Ja, das liegt jetzt nicht nur an dem Thema Beurlaubung, Entlassung, sondern es gibt große Bedenken seitens der Arbeitnehmer. Und zwar in Punkt Gesundheit und Kinderbetreuung. Das kennen wir bei uns in Deutschland auch. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Wer nicht weiß, wohin mit seinen Kindern, wie soll er dann arbeiten gehen? Ja, also das ist ein schwieriges Thema. Und das ist das, was den Arbeitsmarkt hier ein bisschen Anspannung lässt. Beim Thema Lohn, da sehen wir eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und zwar, wir bekommen Berichte, dass wir vermehrt Lohnsteigerungen sehen. Wo kommt das Ganze her? Das ist Nummer eins, Arbeitskräftemangel. Und das ist da genauso wie an der Börse. Angebot und Nachfrage machen die Preise. Und wenn wir hier einen Arbeitskräftemangel haben, ja, dann ist also das Angebot kleiner als die Nachfrage. Und das sorgt für Preisdruck, auch auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, hier, das Ganze ist da. Ja, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, es gab ja durch Covid-19 teils ziemlich dramatische Lohnrückgänge, also Lohnsenkungen. Und hier sehen wir in einigen Bereichen, dass wir wieder Steigerungen auf das Normalniveau vor Covid-19 bekommen haben. Und damit schauen wir jetzt nach dem Arbeitsmarkt auch noch auf die Preise. Bei den Preisen sehen wir auch hier erneut leichte Anstiege. Aber Geist, wir sind weit, weit weg davon, in diese Richtung zu kommen. Was die FED gern sehen möchte, dass wir hier Preissteigerungen von über 2% haben bei der Inflation. Davon sind wir weit, weit weg. Was wir bei den Preisen sehen, ist, dass die Einkaufspreise schneller steigen als die Verkaufspreise. Einkaufspreise. Und wir bekommen auch die Information, dass Bau, Fertigung, Einzel- und Großhandel die Möglichkeit haben, die Preise weiterzugeben. Und das machen die auch. Lebensmittel, Automobil- und Haushaltsgerätepreise steigen nämlich teils deutlich. Und da sehen wir, dass die steigenden Einkaufspreise direkt auch weitergegeben werden können. Und das sorgt dann dafür, dass am Ende die Käufer auch da sind und die bezahlen dann auch die höheren Preise. Herstellungs- und Einkaufskosten steigen ebenfalls. Das hat auch Gründe. Und zwar haben wir hier gestiegene Materialkosten bei Stahl und Bauholz. Und Mehrkosten durch das Thema Schutz vor Covid-19. Das aktuelle Meldungen aus dem Bischbuck. Und das ist das, was wir an dieser Stelle aktuell haben. Sieht nicht so schlimm aus, wie der ein oder andere das befürchtet. Covid-19 ist wichtig. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, wie wird das Ganze angegangen. Und da sage ich an dieser Stelle auch nochmal, das ist wichtiges Wahlkampfthema. Das haben wir gestern oder heute Nacht auch in der Debatte zwischen Trump und Biden gehört. Das sind wichtige Themen und diese Themen werden wichtigerweise auch dafür entscheiden, wie sich die Wähler entscheiden. Das heißt in den USA. Das Wahlsystem ist ja ein anderes. Man kann aktuell auch noch gar nicht sagen, trotz dass Biden vorne liegt, dass Biden auch wirklich gewinnt. Biden ist dafür bekannt, dass er sozusagen die Wirtschaft neu ausrichten möchte. Dass er das Land mehr einen möchte. Diese große Unzufriedenheit im Land auch rausnehmen möchte. Aber, und das ist die andere Seite, es gibt ja immer für beide Lagerbefürwürden und das ist das, was Trump momentan auch wirklich so stark rausposaunt. Und der ignoriert ja alle wirtschaftlichen, beziehungsweise alle Gefahren von Covid-19. Er interessiert sich nicht für das, was die Wissenschaft sagt. Er sagt, Covid-19, das ist vorbei. Wir haben es gestern Abend oder wir haben es in der Debatte auch gesagt, Biden hat das gesagt, Trump hat gesagt, ach, die Covid-19 ist nach Ostern vorbei. Dann hat er gesagt, es ist nach dem Sommer vorbei. Wir haben es halt immer noch und das ist wichtig. Aber Trump sagt halt, er führt ins Feld, dass Biden derjenige ist, der die Wirtschaft runterfahren wird. Und das sind so die zwei Dinge, die zwei Lager, die hier dort sind. Man wird sehen, was sich am Ende durchsetzen wird. Das ist wichtig. Fakt ist aber eins, egal wer die Wahl gewinnt, es wird mittelfristig gute, wichtige Stützungsprogramme geben. Wir werden eine hohe Volatilität sehen an den Märkten, jetzt auch bis zur Wahl. Und dann muss man schauen, wie es nach der Wahl weitergeht. Sollte es vielleicht einen Gerichtsprozess um das Wahlverfahren geben. Das wird sich alles zeigen. Die Wohler bleibt hoch. Interessant für uns als Trader. Und das ist das, was wir immer wieder auch dann in den morgendlichen Besprechungen machen. Hier das nächste Mal dann am Montag um 8.30 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Wünsche allen einen entspannten, erfolgreichen Handelstag am Freitag und ein tolles Wochenende. Bis Montag. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.